Klein, leicht und natürlich in der typischen Qualität, die Sie von GAN gewohnt sind. Das zeichnet die Hydromette Compact S aus. Hinter der Schutzkappe befinden sich die verschraubbaren Elektroden und ein Ersatzset gehört natürlich zum Lieferumfang. Das kleine Display zeigt den Holzfeuchtegrad, den Sie auf Knopfdruck messen können. Warum sich das preiswerte Gerät lohnt? Weil Sie Ihr Holz damit im optimalen Feuchtezustand verbrennen können. Damit erzielen Sie eine deutlich höhere Energieausbeute und schonen zugleich die Umwelt.